moin leute herzlich willkommen zu der zweiten folge minecraft speedrun mit melon joshi wir waren stehen geblieben als wir die emeralds getradet haben und ja hast du schon was neues was noch ein paar ich hab doch sechs ja ja aber fällt auf ich habe keine axten also ich möchte mir vielleicht meine machen ich nenne den den du dir den nenn ich hab jetzt für die wir haben die erste in der perle ja nice ok ich würde vielleicht besser rüstung holen oder ich habe mir jetzt an deinen szenen oder neuen wie ist das neue informationen ich habe den namen vergessen 10 fakten video oder info video so Gut, ich habe jetzt genau zwei Stacks. Okay, ich gucke schon mal, in welche Richtung wir müssen. Es geht da lang. Da lang. Und geht kaputt. Nice. Hast du irgendwie Holz? Ja, ja. Kannst du ein Boot bauen? Ja. Warumst du noch ein bisschen Holz? Perfekt. So, let's go. Du sagst, wo es lang geht? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020